hallo leute und herzlich willkommen zurück bei der grämmung die müssen wir töten ja wir wollen ja nicht wieder zurück zum steinbruch sondern weitermachen achten was wir machen ja machen wir zuerst diesen gebiet ich glaube hier kommt mir nicht nicht sehr viel weiter und ich glaube auch dort müssen wir hin okay ok und wir finden wieder sachen und wie es scheint ist der eine waffe weg ich dachte da wäre verdammt ich dachte da wären mehr gegner aber gut hier entlang mann 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 das sind unsere leute und jetzt zeigen wir mal kümmer uns auswählte wo der haken ist da haben wir eigentlich alles durchsucht ich glaube hier ist der schatten sein die asche eine klingeneid gut jetzt ist sie nur noch eine tote mei meid aha weil wieder ein geheimer versteck okay hier gibt es nichts mehr zu sehen was haben wir hier wow sie ist wirklich in blut aufgegangen die blutze herbeirufen konnten okay das ist heftig die essensration lassen wir dann noch vorübergehend da stehen für den für den fall dass wir zurückkehren müssen haben wir hier irgendetwas nein okay ja die verwandeln sich in blut bam wenn wir mit dieser angriff töten dann gibt es ein blutbad das ist interessant auf dem weg die stemmen auch die dem weg waren ja ich glaube nicht mal dass die sehr schwach sind die haben ja über 2000 leben es ist nur ja und es kommt noch schlimmer es ist noch nicht mal voll aufgeladen also auf der höchsten stufe ja so kann man ein kleinvieh schnell töten und deshalb hoffen wir mal dass noch mehr kleinvieh kommt so okay mal über bomb so es hat nur gerade mal einer überlebt gut hier ist nichts kaputt mach das kill's not ready voll tot so haben wir ihn trotzdem getroffen ja die einangriff ist so rundum schlag mäßig so alles kaputt gemacht aber doch da ist nie jemand da das kill's not ready okay hier hier waren noch paar gegner aber welche stufe haben die die sind sogar höher levelig als wir also 4000 schaden die überleben nicht lang wird das schon geblockt geblockt 83 prozent also fast zwei von zehn schüssen treffen also er findet das nicht schlecht oder schlägen es wird schlechter je mehr gegner sind aber also ich finde dass es ich bin eigentlich sehr gut wir machen genug schaden blocken das meiste also so dass wir nicht unbedingt schaden kriegen also 82 prozent ist gut und wenn wir stufe 50 sind kriegen wir ja auch noch ein bisschen mehr blocken okay das muss man drauf klicken gut ja durch die waffe die wir noch haben also durch diesen streitkolben können wir ja auch noch noch zusätzlich blocken also es gibt noch eine fähigkeit die ich gerne hätte die wir uns am blocken erhöht glaube ich und die zeit dazwischen also wie oft wir blocken können und zwar hier für 24 sekunden ne das ist die abgelenkt zeit für die dauer von 10 sekunden absolvieren wir eine gewisse menge schaden erhöht die gesundheitsregeneration um gewisse um gewisse schildblock regeneration wird verringert also das bedeutet wir können öfters blocken kürzere erlebungsdauer der geblockte schaden ist erhöht und wahrscheinlichkeit lebungsvergeltung dass er hier erhöht also verringert die abgelenkt zeit die regenerationszeit wird noch verstärkt dafür wird die gesamtvergeltung schaden auch unter gesetzt ich glaube das zusammen passt gut und das hier will ich auch haben das gibt die verfassung das ist ja diese gelbe balken hier damit wir nicht so schnell leer werden und natürlich noch regeneration pro sekunde ich glaube das könnte gut werden hier wäre auch super aber so weit kommen wir glaube ich nicht mehr äh ja wo waren wir genau weitermachen so da sind sie auch schon gut ich bin gerade am überlegen wie viel schaden macht das hier das urteil es ist schön eine zusätzliche fähigkeit zu haben die ein bisschen mehr erst nur geradeaus und das war ein paar ein paar gegner ok moment ich werde gerade sehen oh verdammt ah so ich kann das noch nicht machen ich kann das noch nicht machen graue find ich einfach mal medien weil praktisch gelорон ход ich bin wirklich am überlegen was wir machen können Vielleicht wäre es besser Die zwölf Punkte hier anders zu investieren Aber das hier würde ja auch noch Das kommt ja auch noch dazu Also könnte es auch wieder stärker werden Aber gibt es etwas, das Ja Ich bin nur gerade am überlegen So Gut Wir haben den Gegner besiegt Also was wollte ich sagen Ach ja, ich bin am überlegen Wie wir Vom Schaden her, was würde besser gehen Denn mein Plan war es eigentlich zuerst Hier rüber zu gehen Das ist ja auch ein Flächenangriff Und die Reichweite Muss wirklich ein bisschen rumprobieren Und schauen Was mit den Punkten her ist Das hier macht ja glaube ich So 14 artige Sachen auf dem Boden Ich muss schauen Leider im Simulator kann man nur sehen Wie viele Punkte wo investiert werden können Das ist schön und gut Aber Das zeigt nicht, wie es Im Spiel dann funktioniert Durch den einen Schild Hatten wir ja Die Möglichkeit Das hier ein bisschen Von der Zeit her runter zu skalieren So dass wir Alle dreieinhalb Sekunden Das machen konnten Das war ja Ja gut Aber Oh Ich war wirklich davon überzeugt Dass wir hier händen Mussten Gut Dann halt eben nicht Was uns ein bisschen mehr Vorteil brachte Aber So wie es jetzt läuft Ist der Urteil Zwar ein großer Also fast den ganzen Bildschirm Betrifft es Das macht noch halbwegs Guten Schaden Aber nicht so hohen Wie zum Beispiel Unser Anstimmen Wie es macht Deshalb bin ich Am überlegen Vielleicht sollten wir Die Punkte Die wir Im Urteil gesteckt haben In wie es macht Investieren Und Ja Den Ausbau Finanzieren Wenn man so will Und schauen Ob man damit Besser läuft Ich glaube ich Mach's Wir haben ja Geld Wir können das Problemlos Zurückstufen Mit Urteil Kämpfen wir So ziemlich alles Was auf Ja Auf dem Bildschirm ist Und mit Hinsprinten Leider nicht ganz Aber So Diese Menge Hier ist Dann Unvergleich Ein Problem Can't do that yet Äh Eigentlich ist das Schaden Groß Oh Der Typ hat noch Gelebt Hab ich nicht mal Gemerkt Gut Wir waren eigentlich Schon hier oben So Das trifft sich gerade gut Okay 1700 Schaden Wird locker Weggesteckt Also Werden getötet Ja Also Diese Fähigkeit Macht schon Halbwegs Schaden Aber nicht Im Vergleich Zu dem da Deshalb Gehen wir Kurz nach Der ist Crossing Da können wir Auch die Sachen Verkaufen Und dann Hantieren wir Ein bisschen Oh Okay Wir mussten Fast wieder Verkaufen Gehen Es hatte ja kaum Fast kaum noch Platz Also Gut Das ist Weg damit 47 Nein Uh Energie Verbrennungs Schaden Freude Lebens Regeneration Drei Prozente 380 Prozente Zu Reduzieren Nein Was haben wir Hier Nein Eindeutig Nein Eindeutig Nein Auch nicht Nein Hat keine Konstitution Und Ne Keine Vergeltung Nichts davon Gut Was haben wir Hier Oh Ete Schaden Machen wir Hier nicht Aber dafür Die Konstitution Schlechter Raffinesse Wäre Besser Hört die Rüstung Ja Durchstagswiderstand Weg damit Weg damit Weg damit Gut So Das noch kurz Erlernen Schnell 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 Die Sachen Bei der Bank Abgeben Dann hätten Wir Ein Problem Weniger So So Perfekt Er sammelt sich langsam Viel An Okay Eisenstück Kosten 25 ich glaube das wird immer wie teurer je mehr man nicht investiert sondern rausnimmt dieses sind schildbonus weil kostet es immer 25 ok so der wahl es ist das vernächtig der schlag dieses entschied der kaffe technik ist die sich über standardwaffen aktiviert fordern eine nahkampfwaffe und ein schild ich bin aber überlegen wegen dem hier machen wir es mal nur so zum spaß oder zu mal schauen was passiert gut wir machen flächenscherten verlangsamung für zwei sekunden verbrennung mal schauen wie es läuft denn später hier zum beispiel reduziert die abgängzeit und die reichweite wird vergrößert und blutungsschaden wird erhöht das war doch blutungsschaden oder dann gibt es auch noch blutungsschaden dazu und der wundschaden wird sogar noch verstärkt macht es überhaupt wundschaden vollverbrennung oder ist wundschaden auch gleich blutungsschaden ich verstehe nicht warum es steht feuerschaden und verbrennungsschaden aber gut die entwickler haben sich wohl was dabei gedacht so ok das ist immer nur schlecht der schaden ist höher dann fehlt uns jetzt der gegendschaden also schaden für die gesamte gegend werden wir sehen wie es läuft eigentlich haben wir hier alles schon durchsucht gehabt deshalb gehen wir einfach vorwärts ok das überlebt er nicht fast 4000 schaden nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht hier unten haben wir geschaut wir müssen einfach jetzt nur noch hier schauen wir schauen uns einfach die gegend schön an die reichweite ist einfach knapp es wird jetzt wirklich es fehlt der flächenschaden schade aber ok gut haben wir sonst noch was hier gut was haben wir denn da leider nichts besonderes so der gebuch des bürgermeisters hatten wir das schon nein müssen irgendwann mal wieder lesen ok 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 da drüben ist jemand der getötet werden will wie es so schön heißt nie der flächenangriff fällt fehlt wirklich und sie sterben zu schnell das ist gut 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 so gut gut so Wir können ein... Es ist interessant. So einfach geht das. Das Feuer bleibt nicht ewig, aber... Was soll's? Nur so wenig Lebenspunkte. Interessant. So. Nachdem wir das geschafft haben... Das haben wir hier oben. Also nichts anderes als Tote Verzweifel. So, haben wir da... Das Schlag hat er gesehen, oder? Was war das? So, das hätten wir. Uh. Schatzfund. Antinamit. Na klar. Hätte was besseres sein können... Aber man will sich ja nicht beschweren. Dafür hat man nur eine Dynamitstange verbraten. Gut. So, meinst du mal schauen. Was haben wir hier? Serias Tagebuch Seite 1. Wer ist diese Serie? Gut. Ihr würdet aber so sein, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.